hallo willkommen auf dem kanal clean food lover mein name ist ingrid und ich zeige dir hier rezeptvideos mit rein pflanzlichen zutaten und sonst noch interessante dinge die sich mit der veganen lebensweise beschäftigen aktuell haben wir ja grillsaison hier auf dem kanal und heute gibt es ein neues rezept und zwar ein grill des hier haben doch alle lust auf diesen süßen abschluss und das machen wir heute mit bananenkissen das ist ein blätterteig mit einer bananenfüllung das ist total simpel und schmeckt total lecker vor allem wenn man hinterher noch ein bisschen ahornsirup drüber macht oder agavendicksaft ein gedicht sage ich dir probier es einfach mal aus und ja ich wünsche dir jetzt viel spaß mit dem video wir nehmen eine banane schälen sie und schneiden sie in einen halben zentimeter dicke scheiben dann kommt der tiefkühlblätterteig da nehmen wir ein quadrat und schneiden das längs in der mitte und eine hälfte ist jetzt ein kissen diesen streifen nehmen wir und setzen eine scheibe der banane darauf und klappen die teig um und drücken die ränder mit der gabel fest so dass es gut verschlossen ist dann bestreichen wir beide seiten der kissen mit öl damit es nicht auf dem rost kleben bleibt der grill sollte 175 bis 230 grad heiß sein dort setzen wir die kissen auf die indirekte hitze also sprich nicht direkt auf die blut sondern daneben machen den deckel drauf und backen das ganze fünf bis zehn minuten und wenden dabei einmal die kissen viel spaß damit